Aber das wird so geil. Nova hat schon so ein paar Sachen gesagt, die man da machen kann. Man kann da so eine... Wie heißen diese großen, großen Dinos, Chat? Ähm... Wie heißen denn diese großen Dinos? Chat, wisst ihr nicht, was ich meine? Elche, danke schön. Wir werden eine Elchtour machen, wo wir Elche füttern können.